Yo, was geht ab mir, Händen? Herzlich willkommen hier auf meinem zweiten Kanal. Auf jeden Fall, Leute, ich war gestern bei Kehlern, sprich ich bin immer noch in Turin. Und ja, gestern einfach mal 4 zu 0 gewinnen können in der Coppa Italia geisteskrank. Und ich würde sagen, wir reagieren auf jeden Fall. Es ist alles voll von YouPage, TikTok, YouTube. Und ich habe hier ein Video gesehen, und zwar das hier. Und ich dachte mal, wir recken da auf. Okay? Also, gib ihm. Und falls ihr noch nicht gesehen habt, ich schlaue den Block auch unbedingt auf, check. Also. Also, die kennen doch schon der Neue der Tremot. So, also. Schauen wir uns das mal an hier. Andiamo. Andiamo, ragazzi. Das war sein erstes Tor. Unglücklich. Das war von gestern. Das war sehr, sehr stark gemacht. Und hier, sein Debüt. Sehr geil. Leute, ich sag euch. Ehrlich, ne? Den so zu nehmen, Chat. Sehr, 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 sehr schwer. Also. Im Timing her und so. Perfekt. Bam. Glaub mir, in dem Tempo, du hast so'n Druck, den so zu nehmen, das ist halt Weltklasse. Das sehe ich auch nicht aus, auch aus der Fanbrille. Digga, der Paner war so heftig. Das sehe ich auch nicht mit Fanbrille, aber er liefert hat. Bam. Die Arme. Was war das? Irgendwie auf jeden Fall richtig hoch haben die da gewonnen. Das Tor habe ich auch, äh, habe ich drauf live reagiert. Übrigens, ich bin immer live auf Twitch, he. Also, falls er noch nicht reingefallen hat. Und das war sein erstes Tor. Und war's ein Ding. Bam. Bum. I. Witte. Grande. Das ist eine super Flanke. Und da gegen Lucky, da war Lucky, Leute. Schöne Grüße an Lucky Samadzic. Leute, hier. Wechselt eventuell auch zu Juve. Sind Gerichte, Gerichte, Küche. Gerichte, Küche. Supermann. War bei, ähm, Hertha in der Jugend. Hat auch, glaube ich, mit Sydney zusammengespielt. Und, er ist dann zu Leipzig. Ähm, ja, haben wir auch ein Video gemacht. Und, äh, ja, ist auf jeden Fall top ball. Er spielt auf der selben Nation und dann von Leipzig ist er zu Udine. Guter Mann. Er weiß nicht noch, da hat jeder neben sein Debel gemacht. Ich bin mir so hyped. Es ist wirklich so surreal. Aber jetzt steht mittlerweile, ich hoffe, einfach alles läuft weiter so mal. Ich weiß noch, das war das Tor. Das erste Tor, wo ich, äh, von ihm halt gesehen hab. Ähm, also halt, sag ich mal, live. So. Nee, was laber ich? Das zweite. Das zweite war das. Ja, cool, 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 cool. Auf jeden Fall. Nice, nice, nice. Leute, bockstark von ihm. Und, Leute, lasst gerne ein kostenloses Abo da. Like it, like it. Und, ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Peace.